Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal möchte ich euch zeigen, woher ihr das Kanto Mauzi bzw. Snobili Cat bekommt. Einmal gibt es ja das Giga Dynamax Mauzi, was man hier als Geheimgeschenk holen kann, aber nur noch bis zum 20.01.2020. Dann gibt es dieses Giga Dynamax Mauzi nicht mehr. Was da aber ist, ihr könnt das nicht entwickeln zu Snobili Cat. Und wenn ihr mit diesem Giga Dynamax ein Ei brütet, dann kommt ein Galar Mauzi raus. So, wie bekommen wir jetzt ein normales Kanto Mauzi und ein normales Snobili Cat? Und zwar hier in Torfield. Hier bin ich in Torfield. Und wir müssen jetzt runter hier zum Pokémon Monwa aus dem Weg zu der Pokémon Arena. Hier gehen wir rein. Und hier hinten ist es dieser Junge. Vielen Dank nochmal für das Galar Mauzi. Genau. Diesem Jungen müsst ihr ein Galar Mauzi geben und dann bekommt ihr ein Kanto Mauzi. Dieses bekommt ihr nur einmal. Okay, ganz wichtig, dass nachher nicht löschen oder so. Ihr kriegt es nur einmal. Hier bekommt ihr das Kanto Mauzi. Das normale nicht Giga Dynamax. Von diesem Jungen. Und ihr könnt das dann zu Snobili Cat entwickeln. Einfach bei Level 28. Sobald Mauzi Level 28 erreicht, wird es sich zu Snobili Cat weiterentwickeln. Ja, das war's schon mit dem Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Tschüss.